Es war auf der einen Seite lange Jahre die Absicht, Deutschland wieder zu vereinigen, natürlich unter den Zeichen des Potsdamer Abkommens. Entmilitarisierung, Demokratisierung. Diese Pläne scheiterten schon mit der Zweiteilung Deutschlands in staatlicher Form. Aber die SED hielt diese Losung der deutschen Vereinigung aufrecht. Sehr stark auch gestützt von einer totalen Fehleinschätzung, das muss man heute sagen, des Kräfteverhältnisses in Deutschland durch Stalin. Man war der Auffassung, dass es möglich sei, sozusagen die demokratischen Kräfte in der Bundesrepublik zu mobilisieren, die eine Wende in der westdeutschen Politik herbeiführen könnten, zumindest in Richtung einer Neutralisierung Deutschlands. Das war ja dann auch die wesentliche Substanz der Stalin-Note vom März 1952. 1956, als auf dem KPDSU-Parteitag die Betonung auf friedliche Koexistenz gelegt wurde, entwickelte Ulbricht die Idee von der Deutschen Konfederation. Ich muss sagen, das geschah auch am Politbüro vorbei. Er hat das erst verkündet und hinterher beschließen lassen. Und Grote wohl hat gesagt, naja, ich habe das aus dem neuen Deutschland erfahren, dass das jetzt unsere neue Taktik ist. Wenn natürlich entsprach diese Linie der Absicht, eine schlimme Entwicklung in den Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten zu verhindern, das entsprach natürlich der Emotion auch der breitesten Kreise der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik. Aber es hat bei allen ein sehr wesentliches taktisches Kalkül gegeben. Walter Ulbricht hat wiederholt uns so in lauteren Kreise gesagt, bevor wir die Frage des Sozialismus und der sozialistischen Perspektive in Westdeutschland stellen konnten, musste erst klar sein, dass sie die Spalter sind. Das heißt, die Schuld für die Entwicklung musste eindeutig dem Westen angelastet werden können. Und erst unter diesen Gesichtspunkten vollzog sich dann im Grunde genommen in den 60er Jahren diese immer weitere Zurücknahme der deutschlandpolitischen Losung der SED. Aber es ist eben auch aufschlussreich, dass Walter Ulbricht der Autor des Titels des dritten Deutschlandtreffens war. Denn der Zentralrat der FDJ hatte im September 1963 eine Vorlage zu dem Treffen eingereicht, die den Titel trug, »Nationales Treffen der Jugend der Deutschen Demokratischen Republik«. Und im Politbüro sagte der Walter, »Nein, nein, nein, nimm uns mal ruhig Deutschlandtreffen«. Und das war das dritte Deutschlandtreffen mit bedeutenden Aktivitäten, mit einer großen Teilnahme westdeutscher Jugendlicher und auch Jugendorganisationen und Studentenorganisationen an diesem Treffen, was dann seine Krönung fand in einer Zusammenkunft von 50 FDJern aus der DDR und 50 Jugendlichen aus der Bundesrepublik Deutschland.